Jo, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Im letzten Part ist ein Mord begangen worden. Dum, dum, dum. Oh mein Gott. Ja, anscheinend sind da irgendwelche Ratten... Was für ein bescheierter Name. Eine Organisation namens Die Ratten dahinter. Äh, schuld daran und ja. Elvin scheint das irgendwie im Ruder gebracht zu haben, aber ob das weg stimmt, erfahren wir jetzt. Ja. Das war ja schnell. Ja, danke für das. Du bist okay? Ja, diese Dinge passieren. Du musst es aus deiner Meinung. Du kannst nicht alle, Kind. Du hast schon eiskalt getötetet. Das ist der Hammer. Oh, jetzt weiß ich. Elvin hat irgendwas mit diesen Ratten zu tun. Nee. So, wie kann man sich nur die Ratten nennen? Wie will ich scheuern? Das ist satt denn. So, keine Quest mehr. Dum, 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 dum. Nö, okay. Na gut. Dann haben wir, glaube ich, hier alles erlegt. Dann können wir hier raus. Neue Sachen brauche ich nicht kaufen. Seine Quest habe ich schon abgenommen. Dann können wir verschwinden. Ja, da. Wollt ihr meine Geschichte hören? Nö. Tschüss. Tut mir leid, wir haben es sehr heilig. Ein anderes Mal in Ordnung? Ja. Ach komm, Zeit nicht so. Bleibt einen Moment und macht einem alten Mann eine Freude. Äh. Was war eine Geschichte, wollt ihr erzählen? Das willst du nicht, Jude. Gib diesem Typ den kleinen Finger und er nimmt die ganze Hand. Keine Sorge, junger Mann. Ich verspreche, dass die Geschichte eure Zeit wert ist. Sie könnte sogar euer Leben retten. Das klingt interessant. Erzählt uns eure Geschichte. Das ist schon besser. Also, das ist schon besser. Nun, hier kommt meine Monster-Geschichte. Vor vielen Jahren lebte ein nördlicher Stamm. Eben einen nördlichen Stamm. Ein Mann mit dem Namen Trille. Trille hatte das Talent, Monster zu kontrollieren. Diese seltene Gabe versetzte ihn in die Lage, Monster in ihre versteckte Kräfte zu erziehen. Doch Trilles, Genie, war nicht so leicht zu befriedigen und er begann, sich an verbotenen Arzt zu versuchen. Er versuchte, ein Monster zu erschaffen, das mit jedem Kampf stärker wurde, indem er mit dem Mana-Lappen der Monster experimentierte. Experimentierte mit Mana-Lappen? Aber das ist doch nicht. Möglich? Nein. Aber Trille hatte es trotzdem. Nach über 20 Jahren Forschung erschuf er erfolgreich sechs neue Monster. Diese Kreaturen mit übergroßen Mana-Lappen konnten neue Geister-Arts allein durch Instinkt wirken. Jeder der sechs Monster hat eine Waffe, die aus seinem Körper wuchs, als ob jedes eine lebende Verkörperung der Waffe wäre. Es gibt sechs Hauptcharaktere. Hm? Diese Waffen wurden als Teufelswaffen bezeichnet und die Monster als Teufelsbestien. In all meinen Jahren als Söldner habe ich noch nie eine solche Geschichte gehört. He, 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 natürlich nicht, junger Mann. Vor 20 Jahren führte Trille seine sechs Teufelsbestien in einen großen Krieg. Aber ein riesiger Tsunami überschwemmte das Schlachtfeld und spürte alles hinfort, auch Trille. Somit war auch das geheime Wissen um die Erschaffung dieser Monster verloren. Das war's. Vielen Dank, dass ihr meine Zeit verschwendet habt, alter Mann. Ah, aber die Geschichte ist noch nicht vorbei, wisst ihr. Die Teufelsbestien sind an jenem Tag nicht gestorben. Trilles Tod setzte sie frei und bis zum heutigen Tag treiben sie irgendwo in der Welt ihr Unwesen. Aha. Und ihr sagt, die Teufelsbestien wären mit dem Kampf stärker. Na richtig, mittlerweile kämpfen sie seit über 20 Jahren. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie stark sie jetzt sein müssen. Hört gut zu, wenn ihr ein Monster seht, aus dessen Körper eine Waffe wächst, versucht nicht, es zu bekämpfen. Das ist meine Freunde, ist die Moral dieser kleinen Geschichte und das Geheimnis eines langen Lebens. Und du bist Trille, ne? Lass mich raten. So, ich verstehe nicht, warum wir aufgezogen worden sind, uns das anzuhören. Einzige, was ich mir jetzt vorstellen könnte, ist, dass eins dieser Monster uns gezwungenermaßen in der Hauptstory begegnen und wir davon wegrennen müssen. Weil sonst sehe ich keinen Grund, warum uns dieses Gespräch aufgezogen worden ist. Denkt daran, wenn ihr Monster seht, oder was? Ja, okay. Ja, das muss ja eigentlich sein, sonst verstehe ich das nicht. Sonst verstehe ich nicht, warum dieser Clip nicht irgendwo hier so eine Art Nebenquest oder Cut-Szenen gewesen wäre. Also das heißt, wir müssen irgendwann gegen so ein riesiges Monster kämpfen, von dem wir flüchten müssen. Sie könnten an der neuen anfertigen. Was denn? Es sieht, wie unser Wounded poster macht die Rounds in der Seehaven. Hm. Das ist tatsächlich funktioniert? Du sie schraubst es? Ja. Aber ich kann nicht vorstellen, dass ein poster wie dieser so ein bisschen Probleme geben würde. Die Menschen haben einen anderen Sinne von ästetik als ich? Na gut, Mila schraubst es, also wir müssen hier sicher sein, richtig? Das wird niemals funktionieren. Wir lassen sie schrauben, und sie werden sie gleich wieder zurückgezogen. Mila? Es ist nichts. Alvin ist richtig. Äh? Ach so, diese... Ne, ich weiß nicht. Ich war irgendwie jetzt draußen, keine Ahnung. Na gut. So. Neue Gegend, neue Monsters. Kommt her. Muss töten. Sack. ich werde kämpfe da habe ich schon gefreut so weiß ich nicht mehr wo welcher tag und ja das spiel macht mir immer noch nur so ganz nebenbei und wieder hast du aber da kommt ihr alle direkt mit ihren heilfähigkeiten ich kann nicht mal nach oben schlagen aber ich mache uns fertig blöd ich mal gucken warum ich den bau schon keine tp mehr mann was mache ich denn hier mein gott jetzt sind wir ja schon wieder viel zu stark was soll hat deswegen sollte ich keine kämpfe auslassen das war nicht sehr schön publikum verdammt ich vergesse mal sachen mehr zu kaufen zum besten so viel hat galt also ich muss mal kurz gucken nein wir haben nichts neues oder wieder hätte man auch die ok riesige vögel irgendwann wird es wirklich so unübersichtlich mit den arzt haben wir so viele haben da sollte ich über die dem bücher jetzt haben schon mal gut verteilt haben wo ich einmal kurz da passiert so was mein gott da waren sie sie gehen auch immer so stark ich dachte das ding wir jetzt nicht so mit dem tp rum ballern ich meine mal die schlägt mehr als ich eigentlich punkt da will ich mir nur eine ich bin nur dumm keine sorge man ich sollte wirklich verkochen ich glaube da brauche ich wirklich sagen wo müssen wir hin hin da ist ein ding ins sandhändler wie komme ich hier ja und ein Töten. Es nicht einfach zu gehen. Was für Elyse? Sie wissen, dass sie die Risiken auf dieser Reise hätte. Ich bin gut. In echt. Ich kann mit dir gehen. Keine Angst, ihr Leute. Sie sind Freunde, weißt du? Elyse? Die Mädchen hat gewartet, also diese Sache ist nicht mehr offen für die Debatte. Das ist schon immer so. Weil, das gefällt mir nicht. Gibt es wieder eine Unsicherwandlinie zur Überwachung gestellt? Ja, die sieht verdächtig aus. Guck mal an, da kann man da hochklettern. Aber jetzt noch nicht. Na gut. Dann gehen wir mal da hoch. Nicht, dass ich was dagegen hätte. Auf Elyse passt ich schon auf, keine Sorge. Wenn es wieder nicht macht und Jude irgendwie zu blöd ist. Und bei, wie weiß ich, ich glaube nicht. Naton Reis. Hi. Hey. Aber ich glaube, ich habe noch was zum Essen. Wie zum Beispiel bei diesen Gegnern. Da. 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 Ich hab keine tp aber ich hab noch nicht raus mit diesen scheiß dinge. Aber wo. 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 nimmst da geht immer einigen kämpfen auf lege und schon kriegt sei es auf der feste in der nächste kämpfe darf einfach nicht wahr sein von heiler wieso kann es nicht zufällig heilen ich bin ehrlich gesagt nicht sicher ich vergesse mal ich selber schlechter noch verbleibende kämpfe 0 gut verdammt monster bekämpfer kein ding man kann ich jetzt den laton reis einsetzen die grundsätze des kämpfens so we have certainly logged a good amount of real-world combat experience indeed i feel that i fully understand the fundamentals the trick seems to be viewing the blade as an extension of my body and swinging it intuitively that's not one of the fundamentals that's the final stage of mastery oh is it well i still get frightened every time i fight you should use that fear to fuel your punches i do after all it's either them or me if you take that lesson hard then you're a true warrior in my book honestly i don't know which one of you scares me more so dass den heißen na gut so perfekt dann heile ich mich noch mal für den nächsten kampf weil wir sind dauernd am sterben und ja wenn die nicht mehr nach prozenten kann jedenfalls bedanke ich mich fürs zuschauen und ja wir sehen uns dann nicht hingehen ohne dass was passiert okay dann sehen wir uns im nächsten part bei tales of cellia jetzt wollte schon der abitz sagen ja ich bedanke mich fürs zuschauen und schau